Bereits vor dem offiziellen Beginn herrschte schon reges Treiben, rund um den diesjährigen Hobbymarkt im Temasper Schützenhaus, unmittelbar hinter dem Freibad. Zahlreiche Aussteller hatten ihre Stände aufgebaut und präsentierten ihre überwiegend in Handarbeit hergestellten Figuren, Kerzenhalter, Mützen, Schals und Socken, Naschereien und viele schöne Dinge mehr den zahlreichen Besuchern. Dass der Sommer, soweit man in diesem Jahr überhaupt von einem Sommer reden kann, bereits in weite Ferne gerückt ist und die Vorweihnachtszeit zum Greifen nah, war hier in Temasper nicht zu übersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das schwarz oder dunkelblau? Man kann das Licht hier fast nicht erkennen, könnte auch dunkelblau sein. Wunderschön, dass man die Waldstoffe auch entgegen dem Faden aufzuschneiden kann. Und die Waldschwein, die Waldstoffe auch entgegen kann. Dann könnte auch die Waldschwein kommen, die Waldschwein machen. Und dann könnte auch den Eifstein entgegen. Ob nun das Kraut gegen Dummheit den passenden Abnehmer gefunden hat, blieb bis zum Ende der kleinen, aber feinen Veranstaltung ein Geheimnis. Das Geheimnis des Ausstellers. Das Geheimnis des Ausstellers.